Da gibt's feindlichen Kontakt. Kontakt. Wir spielen ultra professional hier. Ja, Kontakt gibt's. Geht irgendwer zu A, ich bin zu C. Oh, F***. Kontakt. Ja, überdreht. Wir kriegen vor. Ja! Impeachment! Ja, ja! 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 Ja, okay. Level 100 über 3 hat man. 52 Sterne. Die MP7. Hat man mal so, gell? Weil das Netz hat... Wie viel Sterne? 52. Ich hab auch meine... ...fünfhundverstanden. 250. Ey, das geht nicht mehr. Du kannst grad mal 100 Sterne kriegen. Ich... Warte! Warte! Wenn du rausgehst und bei Ding schaust... Ich hab auch bei meiner M16 A3... ...56 oder so. Also... Über 50 hab ich. Oder, sag mal, über 55. Mann! Seid gar nicht so, wie ich da auch schaust. Ich find die Waffe, die haben sie so schlecht gemacht dann irgendwann. Okay. Aladin! Was geht mit dir, Alter? Ja, klar! Mit Raketenwerfer! Ja, 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 ja. Was glaubst du? Asozialer. Geh weg! Ja, ich! Ah! Der ist süß! Pff! 14-9! Hässlich! Ich sollte mal wieder P90 oder so spielen. Ja, wenn du in der Pferdverkehr hast. Ja, ich... Warum stirbt's hinter mir, oder? Ah, keine Ahnung. Die sterben da grad alle. Von hinten! Ich hab's gewusst. Mann! Ey, cool! M16 Sterne! Nee, ich da grad alle weg! Ja! Jawohl! Abgestochen auch noch! In der Stecher! Ah! Jawohl! Medical! Aber sicher nicht! Nee! Ich glaube, ich hab das Scheißmesser gar nicht mehr. Das Goldene, ne? Sicher! Hey, geil! Der zeigt mir 0 Sterne bei M16er, Adrian! Hihi, geil! Ja, weiß! Bei Battlelock oder wie das heißt, gibt's irgendein Fade als DM16A3, DM16A4 und umgekehrt. Ja, und trotzdem, Alter! Zeigt mir da ein Spiel, Alter! Hat da noch nicht mehr. Hallo, ich hab da nicht, dann gestern, Alter! Ja! OLDER! Okay, wir nehmen auf, ja bitte, muss ich vorlesen. Was? Also, meckle Sir, hat mir gerade geschrieben, im Namen... Sagt euch später. Sagen wir das später. Schick mir einen Screenshot. Ist das mein Handy oder was? Übertreib! Übertreib! Tatabuuu! Was heißt der, Mann? Hey, belebt mich mal! Verdammt, Verreckung. Hast du es gekriegt? Siehst du mit meiner Playstation, Mann? Hey, der heißt Tatabuuu. Ja, ja, ich hab's gerade gekriegt. Ich hab heute meinen Code geändert, Alter. Und geb ihn immer falsch noch immer ein. Bei mir einfach so. Hallo, Verbind... Lade um, Junge! Was gelesen? Nein, warte, ich hab gerade meinen gekriegt. Sie ladet gerade runter. Ich hab noch nie wieder herzusuchen. Wie k Sent! Schick das mal mir los! .» »Extwas bomben die dir alles zu, oder?« »Das ist zwar ego-shooter, aber trotzdem braucht ihr mich nicht Alarm lassen.« »Alarm lassen, ja, ja.« »Alleine lassen!« »Alarm, hast du gesagt.« »Alarm« Aladin Na Spaß, ich nix Wir sind noch halt in der Kerl aus mir Aladin Weiß nicht Als nächstes hin, wie kommt man kein iPhone Du kommst einen Stern Nee, keine Idee Nee Geil, Christoph Danke, dass du deinen Arsch zeigst Immer gerne Das sind Menschen Ich belebe mich nicht, ich wollte gerade wieder Waffe wechseln Ich habe MG genommen Aber das ist nicht mein Fall Das ist nicht dein Fall, das ist ein rein Fall Ja genau Ich glaube, sie sind in unserer Klassengruppe Ich stehe in Whatsapp Wie gespannt was kommt Ja Man kann mal ran schauen Ah, Granate Ah, ha ha das Schau mal, was mir als Helg schimmert Ja ja, das heißt Hoppe, ich will Ich will jetzt schon Hör auf, du bist kein Ja Du brauchst da eine gewisse Berechtigung Um das zu Was, Hoppe? So, ja Ja, ja, Marcel Style oder was Ja Den haben wir schon Milos Du brauchst nicht Milos sein, dass du Hoppe sagst, Alter Der hat das noch nie gesagt Hoppe Tamara hat sein T-Shirt, Alter Du hörst dich scheiße an, okay Ja Was liegt an deinem vergrüppelten Ohrmutschle? An was? Hihihihi Wir scheißen grad ab Wir scheißen Nio Nein, nein, nicht total Wartner Wartner Ist das absichtlich Absichtlich Faires gewinnen lassen Für die anderen Weil sie sonst beide noch nicht mehr spielen Ja klar schau Schau mal auf die Map Achso, man denkt das waren lauter Feinde hier dabei Ja, da steht ein Baum Noch ein Baum Eine A-Flagge sehe ich B, C Zwei Klemors Das siehst du aber nicht auf der Map Im Moment Ja, Mann, übertreib, Alter Du Scheiß Tint Ja Ist Level 6, versteht? Und zieht mich so weg, Alter Das hat null Logik Wir haben die Matura Wir haben die Matura Ja, ja, Mann, Alter Ja, wir haben Ja, wir haben Ich weiß gar nicht Waffe, du bist Bauer Und ich schließt mal ein Bauer Wir haben die Matura Wir haben wirklich die Matura Ja, ja Ich weiß Sagen wir welche Matura Oder Nein, nein Die Matura Ja, wir haben eine Matura We get ne Matura Matura Ho Ja, Bauer Matura Ja, Bauer Matura Da zieh ich euch alle weg Was war am Besten? Was war am Besten? Du, Mann Du Ja, Mann Ja, Mann Ja, Mann Ich hab mal eins gekriegt Die Rosi Ich auch Na und Du bist Bauer Okay, ich bin Halt die Fresse Halt die Fresse Das bin ich Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Halt die Fresse Der kann keine Kuh melden Na und? Was ich? Ich hab's Player gemacht Also ich nix wiener Für Egal Ich nix wiener Ich Rein Rein Rheinland 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 Mensch Tick wieder reinsetzen Pack up Die Runde ist auswiderstand Tschüss 1 Mal Wir schneller gekrabde Tschüss Nein aber Der Milos hat die aufgefüllt Mit Wasser Und es ist wieder hinten rausgekommen Ja, er hat doch hinten eingefüllt Ja, meine Damen hören sie sehen hier Fast level Prestige 54 Schwach Welche Zeit bist du? Na und? Wie oft hast du Sturmseltat durch? Ich hab's 25 Mal durch. Und du? Ich hab's, warte ich auch noch. Warte, wo sich das ist. Das ist eure. Da war's nicht, wo man es sieht. Äh, da, ja, äh, äh, sechs. Ja, eben. Ja, meine Damen und Herren, das war unseres, ich geh mal raus, gell. Unseres Schone-Kommentari. Kommentariii. Kommentariii. Werd's ja am Wochenende sehen. Wahrscheinlich zwei Parts. Oder ein Part, ich weiß nicht. Äh, zwei Parts, denk ich mal. Weil das sind schöne 25 Minuten. Und, ja, wir werden ein bisschen Real Life machen. Ich will scheiße drehen am Flughafen. Und, das werd's ja dann, ja, nach unserer Türkei-Reise sehen. Könnt's jetzt anklubschen. Anklagen und favorisieren. Abo-ni-e-en. Oh mein Gott, abonni-e-en. Ja, Leute. Wir sehen uns nach unserer schönen Reise nach Türkei. Ja, wir sehen uns nach unserer schönen Reise nach Türkei. Jetztay nochmal Mona. Ciao. Ciao. Vielen Dank.